Du willst keine Storys mehr verpassen? Dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Regen, plus zu Hause, plus mit Klimaanlage schlafen war nicht so clever. So ein bisschen Schnollerseuche habe ich heute, aber das ist morgen wieder f***ig vorbei. Ich habe mir schon irgendwie zwei Liter Wasser in den Hals gekippt, mit ein bisschen Zitrönchen drin hier. Und Ingwer, weil ich ja so einen gesunden bin, so einen vitalen Junge. Ich habe gestern Abend sogar verpennt, das Udo und Wilke Video um 18 Uhr online zu stellen. Das war erst um 4.00 vor 7 Uhr online. Mein ganzes Post war voller Nachrichten, bin aufgewacht, wie Schlauchboote hingen, meine Augenringe quer im Gesicht. Hier einer da, den muss ich immer so beiseite räumen und dann das Video online stellen. Schieß mich, Toto. König Motz, der Feinde, ist im Urlaub. Und an dir eine ganz klare Ansage. Und mir ist den Platz. Keine Sorge, Leute. Mir geht es gut, ich kann schon wieder Dückensuppe essen, die ich mir mit dem Wasserkochereis gemacht habe. Wenn ich mich so anschaue, würde ich am liebsten wegschauen. Schaut mal hier. Überall noch Dreck. Gerade auf dem Sportplatz gearbeitet. Dreckige Hände schmiere ich mir das ins Gesicht. Das ist wie beim Essen. Ich habe irgendwo Essen, schmier mir das in Klamotten. Jetzt nur auf meinen Magen, weil ich gesagt habe, ich habe Essen. Ich habe Hunger. Ich bin verwirrt. Oh. Folgt und abonniert Wilke seine anderen Social Media Kanäle. Das ist wie beim Essen, schmier mir das in Klamotten.